Hoffentlich Schlägerei. Ist der Wunder, oder? Kamera bereit. Filmst du? Ja. War nicht dich. Ich hab noch einen Blick gehabt. Seid mal Kostel! Seid mal Kostel! Verkästlichen zu beeindrucken! Das Spiel ist der Laufwitz. Nicht zuschauen! Volli, das Spiel ist der Laufwitz. Nicht zuschauen! Gut gemacht! Schaut! Schaut Junge! Glaubst du das mit Absicht bei der Runderschaul? Ne, mit Absicht natürlich nicht. Aber so schlimm war es ja auch nicht, oder? Wurde in der ausgewechselt? Nein. Wäre so schlimm, wenn der ausgewechselt wurde. Ja, klar. Der Torrenner hat sich ein bisschen überschrieben. Er hat gleich so getan, das ist ja ein ganz schönes Problem. Wir sparen doch bestimmt zwei Minuten, oder? Was war das? Der eine Zuschauer, oder? Wir sparen doch bestimmt zwei Minuten. Ja, so schlimm war es nicht. Die meisten Torwärte machen voll in die Säder. Die meisten Torwärte machen voll in die Säder. Wenn der Ball von der Seite kommt, springt er in die Ecke, wo er hingeht. Aber nach vorne wäre das Spiel einfacher. Schöne nicht! Wie war das? Das ist auch echt toll! Oah! Oh... Merk! Merk! Spiel! Merk! Spiel! Ruhe! Egal! Weiter! Komm! Hey! Hey! Komm mal! Spiel! Hey! Jetzt kommt wieder kommt keiner! Hey! Hey! Zehn! Oli, komm! Oli, gib vor! Hagin! Lass lieber Oli schießen! Oli, komm! Oh! Verrücktswerte, man! Oh, schade! Achin! Rüberspielen! Komm Oli, komm Oli! Oli! Ey, komm! Das war doch Oli! Nee, eigentlich nicht. Eigentlich wird kein Faul sein in den eigenen Hand. Wenn man nicht drücken kann, dann kann man sie nicht drücken. Bam! Schön! Schie! Hey! 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 Oh, Alter! Schiele weiß jetzt gar nicht mehr was er machen. Für wen soll er jetzt treffen? Ich! Okay! Wenn ich das drücke, hätte ich gesagt, nicht die weg! Ja! Oli! Oli! Trainer! Kippen weg! Ein Koppel! Jungs, füren aus! Ein Kippen! Macht ihr ehrlich, macht alles! Und auf die Koppel! Boah! Ja! Ja! Alles mit mir! Ah! Eiskalt, der Junge! Aufpassen, Jungs! Foul mit der Langstattung! Das könnte ja nicht mal normal sein! Kommt, Jungs! Kommt, Jungs! Ein Haken zu viel! Ein Haken zu viel! Oh nein! Oh nein! Oli hat ja auch nicht gesagt, sie sind die Foul waren! Schuss! Und wieder! Ja, herrlich! Ein cooles Tor war ja! Ach so! Ein Kopp! Einrollen! Einrollen! Ja, komm, geh vor! Geh vor! Ok! Komm, zurück, zurück! Lass die Zeit mal gehen! Dann. Auch. Die Räume sind aufgerüstet. Sie sind aufgerüstet. Jawoll! Aufgerüstet! Jawoll! 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 Aufgerüstet! Jetzt hat er! Oh! Ja, super! Typo! Stüder, Stüder! Ja! Komm, Juni! Weiter, komm! Den hast du! Jawoll! Den hast du! Ich geh in! Ole! Ole! Jetzt aber! Warte, warte! Warte, warte! Warte, warte! Jawoll! Hey, warte! Hey, warte! Komm! Hey, warte! Hey, warte, warte! Hey, warte, warte, warte! Ne, warte, warte! Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Jetzt geht's! Jetzt geht's! Jetzt geht's! Ja, das ist gut! Ja, das ist gut! Ja, das ist gut! Jawoll! Schön! Komm, wir schaffen jetzt! Komm, wir schaffen! Komm, wir schaffen! Komm, wir haben! Komm, wir haben! Harry Kobelnei, ihr Geschlechter! Hey! Schiri! Komm, wir haben! Komm, wir haben! Komm, wir haben jetzt! Hey, komm mal! Hey, komm mal! Komm her! Komm, wir haben! Jawoll! Komm, wir haben! Komm, wir haben! Komm her, komm her, komm her, wird es unterstehen. söpfeils. amour, komm her, komm her! Sells her! Achim, was ist denn das, der Jungs? Ah, das hat sich da hinten einhängt. Komm, Moni! Jawoll! Evo! Komm, Daniel, auf geht's! Komm, Daniel, auf geht's! Komm, Daniel, mach frei! Komm, Daniel! Komm, dann komm! Komm, Serie A! Komm, Daniel, auf geht's! Konzentriert euch! Konzentriert euch doch, Mensch! Ja, jetzt! Tempo, Tempo! Komm, Moni! Ja, macht das Tor! Gen. Gen. Stau! Komm, mein tahmrad! Auf, auf! Am dir? Am sie mit? Am sie mit? Noi! Oh, wie weiterbrauch! Also, die Chlor? Hätte schon fast die Jury! Kommt, ich mach dir noch! Habt doch drei Minuten! Kommt, komm raus! Kommt, Herr Hau! Sport! Geh lauer! Arme! Abglas! Schön, jawoll! Einmal gespielt! Das erste Mal gespielt! Einmal gespielt! Das erste Mal gespielt! Jungs, weiter! Nach nur wieder! Kommt, du machte Beine! Wo sind die Beine? Nö! Spiel doch! Vielen Dank.